In meinem heutigen Podcast spreche ich mit Flavio Simonetti. Flavio Simonetti ist ein leidenschaftlicher Ehemann, Papa und Unternehmer. Und genau das alles unter einen Hut zu bekommen, ist die große Herausforderung für Papas der modernen Zeit. Aber Flavio hat für sich und andere ein System entwickelt, wie er genau das hinbekommt. Und davon erzählt er uns. Das Interview ist ein kleiner Ausschnitt eines längeren Gesprächs, was ich mit Flavio für meinen Papa Power Online Kongress geführt habe. Dieser startet am 30. Oktober und auch du kannst kostenlos dabei sein. Registriere dich einfach auf papapowerkongress.de. Dann kannst auch du das Gespräch mit Flavio in voller Tiefe und Länge hören. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute mit dem Flavio Simonetti. Flavio ist mir empfohlen worden, als ich gesagt habe, hey, ich möchte noch jemanden haben, der zum Thema Fitness einen Background hat, der als Papa besonders sehr darauf achtet und auch großes Wissen darüber hat und uns darüber was teilen kann. Aber Flavio ist viel mehr als Unternehmer, selber natürlich Papa Christ, also mit einem großen Glaubenshintergrund. Das finde ich sehr spannend. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen, was er da zu sagen hat. Ich sage erst mal herzlich willkommen, Flavio. Vielen Dank. Ja, vielleicht am Anfang wäre es natürlich cool. Stell dich doch mal kurz vor, was ist dein Background? Wie bist du dazu gekommen oder was bewegt dich selber? Boah, da hast du viele Fragen in einem kurzen Satz. Mein Background, ja, ich habe immer den Hunger gehabt, selbstständig zu werden, mein eigenes Ding zu machen, war so dieser klassische schwierige Charakter in der Schule, der nicht ruhig sitzen konnte, der irgendwie auch nicht in das Schulsystem reingepasst hat und immer den Wunsch gehabt hat, etwas Eigenes zu machen. Ja, und dann habe ich irgendwie so meine Schwierigkeiten gehabt in der Schule und habe gemerkt, es klappt alles nicht so. Und auch, ich hatte damals keinen Ausbildungsplatz gefunden. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass sowas noch möglich ist, aber ja, Hauptschule gemacht, dann hat das nicht geklappt, dann Wirtschaftsschule gemacht, dann wollte mich auch keiner haben und dann irgendwie, ja, immer fleißig gewesen, immer so ein Ding gemacht. Sieben Tage die Woche auch gearbeitet, weil ich mit 17 ausgezogen bin. Und dann, ja, kam diese spannende Phase, dass ich irgendwann, ja, alles verloren habe. So, ich war aus einer Dummheit heraus, einen schweren Autounfall gehabt habe und dann nochmal neu zu meinem christlichen Glauben gefunden habe. Ich habe gesagt, ich habe kein Geld mehr, ich habe nichts. Gott, hier bin ich, mach du was draus. Ich habe irgendwie, ich war immer fleißig, ich habe immer während anderen der Disco waren und Party gemacht, haben zu Hause Bücher gelesen, Fortbildungen besucht, mein ganzes Geld investiert, aber es ist nichts draus geworden. Und dann, ja, dieses Gebet gesprochen und interessanterweise, wirklich ein paar Wochen später kam dieser Eindruck, ich soll im Fitnessmarkt Einfluss nehmen. Und es war, ja, war schon ein wilder Gedanke, weil mich kannte ja niemand, ich war ja ein kompletter Nobody. Und habe aber schon zehn Jahre trainiert und war so ein ganz dünner Typ. Und, ja, den Gedanken bin ich nachgegangen. Und ich glaube, es war einfach ein göttlicher Gedanke, weil es war irgendwie so konträr zu dem, was ich die ganze Zeit so gemacht habe. Und, ja, und dann interessanterweise habe ich mein erstes E-Book geschrieben im, was war das, ungefähr Oktober, November 2008. Das war dann so mein erster großer Erfolg. Ich habe viel Messebau gemacht, also viele wilde Menschen im Umfeld gehabt. Also, ich glaube, ich war fast der Einzige, der nicht im Gefängnis war. Schwere Körperverletzung, schwere Waffenhandel. Also wirklich wilde Geschichten mit Einschützlöchern am ganzen Körper. Solche Jungs waren im Umfeld und ich habe gesagt, ich muss da raus. Und dieser Gedanke war gut und habe mich dann dem orientiert. Das heißt, 2008 mein erstes E-Book gemacht, konnte relativ schnell dann auch rausgehen aus dem Business mit dem Messe. Und dann 2009 habe ich mit YouTube gestartet, so als erster deutscher Fitness-YouTuber, in Anführungszeichen. Und, ja, durfte dann große Erfolge anknüpfen und habe das dann bis ungefähr 2020, 2021 gemacht. Ach, krass, okay. Das heißt, in dem E-Book, wo du da gestartet bist, hast du Fitness-Tipps gegeben oder was war da die Message? Am Ende des Tages habe ich eine ganz spezifische Zielgruppe angesprochen. Also, ich habe das unbewusst richtig gemacht, indem ich gesagt habe, ich biete nicht alles für jeden an, sondern gleich spezifisch für eine Zielgruppe. Und in dem Fall war das halt genau für dünne Leute. Ich war selber dünn. Ich habe auf 1,77 Meter, habe ich 56 Kilo gewogen und habe irgendwie gegessen und gemacht, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und, ja, das war dann so meine Story. Hey, wenn du auch dünn bist, wenn du nicht zunimmst und du weißt nicht, was du machen sollst, hier ist mein E-Book. Ich zeige dir, wie ich es geschafft habe, vom dünnen zum muskulösen. Ja, und damals war es interessant. Viele kannten noch gar keine E-Books. Das war halt so eine ganz frische Zeit. Und, ja, manche, naja, wo ist denn jetzt mein Buch? Ich warte drauf. Kam mir nichts an. Ich so, nee, das kam per E-Mail. Das kam nicht per Post. Also, das war eine spannende Zeit. Und, ja, so hat es mit diesem Fitness-Thema angefangen. Und dann in den letzten, ja, von 2008 bis 2021 dann vier Bücher über Fitness veröffentlicht. Da haben wir DVDs rausgebracht, zwei DVDs, drei Apps und ganz viele Videoprogramme in dieser Zeit. Und, genau, habe so das Thema bearbeitet. Wie kann man eine muskulösere Brust aufbauen? Wie kann man muskulösere Arme aufbauen? Wie kann man, ja, ein Sixpack haben? Wie kann man Masse aufbauen? Und das waren eigentlich so die Themen, um die sich das immer wieder gekreist hat. Okay, spannend. Wie kam es für dich, dass du in das Thema gekommen bist? Also, warum, war das jetzt das Thema, ich bin dünn und ich will was an meinem Körper verändern? Oder ich will irgendwie lang leben, longevity, ich will fit bleiben. Was war deine Motivation? Wie bist du da reingekommen? Also, vielleicht kannst du dir schon denken, wenn du mal so ein bisschen die Vita von Schwarzenegger gesehen hast, warum werden Jungs muskulös? Hat es meistens auch was mit Papa zu tun? Also, so ein, ich würde manchmal sagen, fast so ein bisschen Vaterkomplex. Okay. Und das war bei mir auch nicht anders. Also, mein Wunsch war es irgendwie, ich meine, es war so eine Mischung aus beiden. Einerseits Mädels, Mädchen, einfach zeigen, hey, da ist jemand schon mal, ich bin nicht der Junge, den man so in die Ecke wirft und dieser dünne Lauch, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, sondern ich stelle auch was dar. Das war der eine Wunsch. Und der andere war einfach auch dem Papa zu zeigen, schon mal dein Sohn kann auch was. Und aus dieser Mischung dieser beiden Geschichten ist es eigentlich entstanden, mit 13 angefangen Krafttraining zu machen und dann, ja, naiv gewesen. Damals gab es ja die Jungs Stallone und Schwarzenegger und The Rock und das war alles so Chuck Norris. Wobei der, ja, ein bisschen muskulös, aber die anderen Jungs haben mich so mehr tangiert. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann war das so dieser naive Gedanke, naja, wenn ich jetzt ein halbes Jahr trainiere, dann, ich will nicht ganz so krass ausschauen, mit Schwarzenegger ein bisschen weniger, dann klappt das schon. Und dann hat man halt jahrelang umsonst eigentlich trainiert, weil es gar nicht geklappt hat. Und nur Training an sich reicht ja auch nicht. Ja, und dann war ich aber, und ich hatte den großen Vorteil, ich war naiv genug zu glauben, dass es irgendwann irgendwie funktioniert. Und das war, das habe ich heute noch in vielen Bereichen, immer diese Naivität, es wird schon irgendwann klappen, einfach dranbleiben. Ja, und das war gut. Ich habe dann, glaube ich, so die ersten richtigen Erfolge gehabt mit so 18, 19, würde ich jetzt mal sagen. Also lange gebraucht, bis wirklich was kam. Und es war aber auch gut, weil ich das dann wirklich auch durchlebt habe, wie manche Wege auch sein können. Längerfristig und brauchen etwas, sind etwas langatmiger. Warum bist du dran geblieben? Also was hat dich da am Ball gehalten? Ich meine, wenn man jetzt sagt, man fängt mit 13 an zu trainieren und sieht mit 18 erster Folge, du erzählst es jetzt hier so fluffig, klingt ja logisch, man fängt an, bleibt dran. Aber ich meine ehrlich, fünf Jahre, da haben wahrscheinlich die meisten von uns längst aufgegeben. Also ich kann es nicht sagen. Es war, also einerseits, ich finde Krafttraining, also jetzt spezifisch Krafttraining ist für mich so eine, ist eine der härtesten Sportarten der Welt. Warum? Weil du halt wirklich, du kannst nicht nur sagen, ich gehe jetzt ab und zu ins Fitnessstudio, was ja extrem viele machen, sondern wirklich auch, du musst die Ernährung umstellen, du musst dein ganzes Leben umstellen und wenn du aber mal keinen Bock hast und bist dann mal ein paar Monate raus, dann ist der ganze Erfolg, den du jahrelang erarbeitet hast, ist weg. Und was ich so spannend fand, damals beim Krafttraining war, oder ich mache es ja immer noch, ist diese Charakterschule. Also sozusagen, Flavio, egal ob du Lust hast oder nicht, du gehst ins Fitnessstudio. Und das waren so viele Eigenschaften und auch egal, ob ich Lust habe oder nicht, ich habe es jetzt heute früh bei meinen Kindern wieder gemerkt, wir haben jetzt so ein bisschen Joghurt jetzt mal hinzugenommen und das sind dann irgendwie auch gut Ballaststoffe, also wir haben so spezielle Joghurts jetzt und die helfen halt, die Darmflora zu optimieren. Und dann müssen die noch vorher so einen Drink nehmen, dass irgendwie alles vorbereitet wird. Und jetzt habe ich drei Jungs, der kleinste ist vier, acht und neun. Und das ist jeden Morgen jetzt ein Kampf. Also allein, dass die dieses Getränk trinken, das ist schon, da kommen die schon fast immer zu spät zur Schule. Und ich habe den Jungs auch gesagt, ich weiß, euch schmeckt es nicht, aber ihr müsst mal lernen, dass nicht alles immer Spaß macht und Freude macht im Leben. Man muss auch mal Dinge durchziehen. Und das habe ich relativ früh verstanden. Ich habe parallel schon Fußball gespielt. Schon mit, ich weiß nicht, fünf, sechs, irgendwie sowas. Und dann habe ich gemerkt, der Nachteil beim Fußball ist, es ist mega cool, du hast Mannschaft, Sport und so weiter. Aber manchmal würdest du gerne mehr selber hinkriegen und nicht manchmal die Mannschaft als, wie soll ich sagen, es kann manchmal auch hinderlich sein, weil die irgendwie sich gegenseitig anschreit und beschimpft und wie auch immer, so junge Kids können manchmal echt anstrengend sein. Und ich habe gemerkt, dass der Vorteil beim Krafttraining ist, dass ich ganz alleine bin. Ich kann niemandem sagen, du bist schuld und du bist schuld, sondern ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob ich zum Training gehe, ob ich das esse, das interessiert auch niemand anders. Und das war für mich irgendwie so, du kommst rein, machst dein Krafttraining, fühlst dich gut, siehst zwar nicht viel, aber dieses dranbleiben und merken, charakterlich tut sich was in dir, bevor sich was optisch verändert, das fand ich schon sehr stark. Und das hat dann auch mein Umfeld mitgekriegt, dass ich irgendwie eine andere Wirkung hatte. Ja, nicht mehr so dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser ewige Klassenclown, klar, das war ich immer noch, aber weniger, aber du hast eine Präsenz, wenn die Leute merken, du machst was und du bleibst dran und du lässt dich nicht mehr so durch die Gegend schubsen. Und das fand ich wertvoll, bis heute noch wertvoll, einfach zu sagen, schau mal, eigentlich interessiert es niemanden, ob ich ins Fitnessstudio gehe oder nicht oder Krafttraining mache, aber wenn ich selber dranbleibe, dann als allererstes kommt die Charakterschulung und dann kommt die äußerliche Veränderung. Und wenn man das gelernt hat, dann ändert sich alles. Und das habe ich, ich habe viele erfolgreiche Leute interviewt und habe festgestellt, dass es nicht selten ist, dass diese Leute in Kinder- und Jugendzeit Leistungssport gemacht haben. Nicht nur so nebenbei, sondern die haben einfach festgestellt, du musst beißen, du musst dranbleiben, unabhängig von deiner Gefühlslage. Und das ist für mich das Krafttraining bis heute eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich finde es super spannend, was du gerade sagst. Ich reflektiere gerade auf meine Kinder auch. Wir haben ja sechs Kinder und mein Großer ist gerade 17 geworden. Und die sind alle leidenschaftliche Leichtathleten und Läufer, also jetzt weniger aus dem Bereich. Aber wenn ich mich frage, mein Sohn, für den ist das keine Frage. Also der hat halt ein bestimmtes Ziel, was er als Läufer erreichen will. Und das ist ein Stück weit, was du vielleicht auch zu deinen Söhnen gesagt hast. Am Ende ist es wichtig für uns, also sowohl für unsere Kinder als auch für uns, zu verstehen, warum tue ich das eigentlich? Wenn ich mir das einmal beantwortet habe, dann kann ich auch da durchgehen durch Dinge, die mir keinen Spaß machen. Weil uns wird das manchmal so gesagt, also wir machen unseren Kindern Homeschooling im größeren, im ganzen Bereich mal gesagt. Und da wird so vorgeworfen, ja die können ja nicht immer noch machen, was sie wollen. So nach dem Auto. Man kann ja im Leben immer noch nicht mehr machen, was Spaß macht. Und ich verstehe schon die Intention dahinter. Aber ich sage, wenn ich Verstand habe, warum ich eine Steuererklärung machen muss, obwohl die mir eigentlich keinen Spaß macht, mache ich sie, weil sie in einem höheren Ziel zweckteint, nämlich mein Business. Und am Ende geht es ja darum, also wenn du dein, wenn dein Kind den Trink jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht trinken will, zu erklären, was ist eigentlich der höhere Sinn dahinter? Und wenn sie das einmal verstehen, dann fällt das vielleicht dann auch leichter. Jetzt hast du gesagt, durch dieses Durchziehen, um das, also zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich trainiere das, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Am Anfang hast du gesagt, hast du das schon früh so gesehen, dass du gemerkt hast, oder anders gefragt, wann hast du gesehen, dass du damit ein Stück weit auch deine Vaterbeziehung kompensierst oder versuchst? Ich glaube, das war so richtig verstanden, habe ich das dann auch, wo ich dann so Bücher wie von Schwarzenegger gelesen habe, das war deutlich später, wo er das auch beschrieben hat. Und ich denke mir, oh krass, da ist ja wirklich was dran, dass diese Vaterbeziehung da irgendwie auch eine Rolle mitspielt, weil man will halt seinen Papa auch zeigen, was man drauf hat. Und wenn es der Papa aber nie anerkannt hat, was man kann und eigentlich immer nur kritisiert, dann war das für mich ein Mittel. Vielleicht auch jetzt beruflich Gas zu geben, beruflich was zu verändern. Ich hatte es ja damals dann auch, als ich gemerkt habe, soll die erste Veränderung für jetzt statt. Ich möchte ein bisschen raus aus diesem Fitnessbereich. Habe ich mir Gedanken gemacht, was interessiert mich gerade? Und das Interessante war, da war genau das das Thema. Das war so 2015. Also wie alt war ich da? 31? 31. Und da habe ich gemerkt, genau das spielt gerade eine Rolle, diese Vater-Sohn-Beziehung. Und dann habe ich interessanterweise auch 2015 und 2016 habe ich dann so Seminare, Männer-Seminare gegeben, wo ich das auch unterrichtet habe. Und in der gleichen Zeit habe ich das selber für mich verarbeitet. Also ich habe einen Kurzfilm gemacht, kann man sich gerne mal auf YouTube anschauen, der heißt Naturgewalt. Kostenlos. Einfach mal anschauen. Da geht es dann auch um eine Vater-Sohn-Beziehung. Es geht um Jungen, der seinen Vater irgendwie kaum sieht und in falschem Milieu aufwächst und so weiter. Das war damals ein riesen Tramram. Da haben wir wirklich eine Crew gehabt mit 20 Mann und haben da größtenteils selbst finanziert, das Ding auf die Beine gestellt mit Regisseur und Kameramann und so weiter. Und das war eine coole Geschichte. Einfach mal diese Story, was es bedeutet, Vater-Sohn und wie die einen verändert. Das war so ein 20-Minuten-Kurzfilm. Mehr war finanziell einfach nicht drin. Sowas kostet sehr viel Geld. Aber das war ein Traum, einfach den Leuten mal mitzugeben, hey, es ist wichtig, diese Beziehung zu versöhnen. Und dann habe ich auch vom, ich glaube, Michael Stahl, so ein christlicher, wie soll ich mal sagen, Coach, der hat das Thema sehr stark verarbeitet und hat viel auch über seine Beziehung Vater-Sohn geredet. Das war sehr spannend, weil sein Vater war Alkoholiker und hat erzählt, als er Kind war und seinen Geburtstag hatte und gefragt hat, was kriege ich zum Geburtstag, hat der Vater gesagt, hier, das kriegst du und spuckt ihm ins Gesicht. Und das war halt so, natürlich noch viel krasser als bei mir, aber ja, ich habe das irgendwie damit verarbeitet und habe dann irgendwann in diesem Zeitraum, 2015 war das, glaube ich, bin ich zu meinem Vater gegangen und habe dann den Spieß ein bisschen umgedreht, habe nicht gesagt, das machst du alles falsch und das hast du doof gemacht, sondern habe gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich schlecht über dich geredet und gedacht habe, kannst du mir vergeben. Und das war, würde ich sagen, wahrscheinlich einer der wichtigsten Gespräche, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dadurch habe ich Versöhnung erlebt, und bin nicht so hingegangen, das hast du alles falsch gemacht, weil Väter wollen eigentlich größtenteils das Beste für ihr Kind und sie machen es auf ihre Art und Weise und deswegen auch nicht immer richtig. Und ich habe verstanden, dass, mit Sicherheit kennst du diesen Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen, dass mein Vater verletzt, weil er selber verletzt wurde und das war und ist nicht seine Absicht, so ist er und ich brauche jetzt keinen Ü70 Menschen verändern, sondern ich kann mich verändern in der Art und Weise, wie ich ihn sehe und dadurch auch meine Art und Weise, wie ich die Vater-Sohn-Beziehung verändere, voranbringen. Ich finde das super spannend, weil wir haben dieses Thema eigentlich vorher gar nicht abgesprochen und es stand auch jetzt nicht in dem Zettel, aber ich merke immer wieder, wenn ich mit Männern spreche, die in ihrem Leben bewusste Entscheidungen getroffen haben, die Business aufgebaut haben oder bestimmten, sage ich mal, Visionen gefolgt sind, dass fast jeder Mann in seinem Leben, und ich würde wahrscheinlich sagen, ich lasse es fast weg, dass jeder Mann in seinem Leben an einem Punkt kommt, wo er merkt, wenn er jetzt weiterkommen will, muss er seine Vater-Beziehung heilen, auf irgendeine Art und Weise und das ist, also das zieht sich durch, eigentlich durch fast jedes Interview, was ich führe und auch selber, unser, meiner Papa und der Mission Community gerade thematisiert hatte, haben wir mehr Teil darüber gemacht, und ich auch selber für mich dadurch, dass nochmal, wie du gesagt hast, man hat im Coaching-Bereich ja oft, das ist ja ein Spruch, dass man das coacht, wo man sich selber eigentlich mitteilt, das ist ja einfach so, was willst du, wo willst du anderen Menschen helfen, wenn du durch den Prozess nicht selber gegangen bist, du kannst tausend Sachen aus Büchern anlesen, aber nichts hat so viel Kraft wie das, was du selber erlebt hast und auch genau für mich auch durch so einen Prozess mit meinem Papa gegangen, wo ich gemerkt habe, da sind Schritte notwendig und ich erst vor kurzem genau so ein ähnliches Gespräch gesucht habe wie du, einen Abend da gesagt habe, hey, nimm dir mal Zeit für mich und lass uns mal reden und ihn nach seiner Lebensstory gefragt habe, das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wie will ich meinen Papa verstehen oder es kam für mich ein Punkt, inspiriert durch Dirk Schröder, der auch hier auf unserem Kongress spricht, zu sagen, hey, kenne ich überhaupt die Story von meinem Papa, so wie du es mir erzählst, jetzt weiß ich, was ihn bewegt, warum er Dinge so oder so gemacht hat, was hat er denn erlebt, wo ist er verletzt worden und das war, ja, auch absolut magisch und finde ich total toll, dass du das erzählst und zeig nochmal wirklich jedem Mann, der hier zuhört oder auch jede Frau, wie wichtig das Thema ist, du kannst dem Thema nicht aus dem Weg gehen, früher oder später, dich dem zu stellen und genau wie du es gesagt hast, nicht aus der Haltung heraus, so jetzt sage ich dir mal, was du alles falsch gemacht hast, sondern am Ende war für mich auch der Punkt, danke, dass du alles gegeben hast, was du geben konntest. Ja, absolut krass. Ich will trotzdem nochmal gerne, nicht trotzdem, bei dem Fitnesspunkt nochmal anknüpfen, du hast das für dich natürlich jetzt auf eine sehr intensive Art und Weise gemacht, mich würde noch interessieren, was hat es auch für dich als Papa, wenn wir jetzt Papas zuhören und feststellen, ja, wenn ich jetzt mal so nach unten gucke, da sehe ich eine kleinere Kugel oder ich merke, ich bin aber nicht fit, der Alltag ist beschwerlich, weil ich merke, irgendwie so körperlich geht nicht so richtig viel, früher lief das deutlich besser. Was hat dieses Fitnessthema für dich auch als Papa gemacht und was kannst du da als Tipps weitergeben, wenn jemand das in seinen Alltag integrieren möchte? Ja. Das war der Ausschnitt des Experteninterviews mit Flavio Simonetti für meinen Papa Power Kongress 2024. Du kannst das gesamte Interview in voller Tiefe und Länge hören, wenn du dich auf papapowerkongress.de kostenfrei für den Online-Kongress anmeldest. Den Link findest du natürlich auch unten in den Shownotes nochmal zu merken, papapowerkongress.de Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge Inspiration für dein Leben mitnehmen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit als Papa-Coach wissen möchtest, dann geh auf meine Website benjaminwend.de Dort kannst du auch direkt ein Formular ausfüllen und mir deine Situation schildern. Ich melde mich danach direkt bei dir. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere den Podcast. Hinterlass eine Bewertung und teile ihn mit deinen Freunden. Damit hilfst du mir mit meiner Mission, viele Menschen zu erreichen und mit ihnen den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, gemeinsam auf Kurs gehen.